Nächstes Mal bei Heldenländle. Wir sind Ute und Michael. Und wir sind das schwäbische Comedy-Duo Die Kecheles. In der Schule wird ja schon Wert drauf gelegt, dass man Hochdeutsch spricht. Und ich sehe jetzt keinen Grund dafür, warum. Wir sind Schwaben, wir sprechen Schwäbisch. Man kann eigentlich stolz drauf sein. Heldenländle, Freitag, 18.30 Uhr bei Regio TV. Vielen Dank.